Was ist das? Die beiden kämpfen schon seit x Jahren gegeneinander. Wir haben schon diese Konstellationen, egal ob jetzt mittelalterlich in der Gladiatur oder sonst noch im Brot. Dementsprechend wird das jetzt ein sehr interessanter Kampf. Sowohl Boulos als auch Boulos in der Armatur des Provocator. Wollen wir mal sehen, was draus wird. Achso, brauchst du noch. Das muss man noch machen. Aber du steht jetzt schon. Hat mal einer dem Worn, das ist ja eben ein Abschlag. Darf ich? Guck nach hin! Wen du gewinnst dich? Boulos! 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 Okay, ich mache die Trinets. Was ist denn da, ey? Von Menos, Viktor!